im Team das ist alles klar älter Schede das war ja echt eine ganz komische Folge äh das ist eine ganz komische Ey nochmal Flugzeug ja jetzt ich überrasch mich wieder, ich hab die letzten Tage in Rainbow Six gespielt und nie Flugzeug gehabt und jetzt... ich fahr Flugzeug auch irgendwie voll selten ich hab so Flugzeug voll ich hatte mal 6 Uhr siebenmal hintereinander ich finde Jacht so nervig Jacht ist irgendwie naja zum Suche und Verstecken ist cool Mann, wer will immer René rauswerfen? Dann können wir gleich noch eine Runde machen Du willst Timo rauswerfen Merk, das ist kein blödes Mann Ich kann zum Beispiel noch bei Hendrik raussuchen oder bei Timo oder äh, ne bei Rettungsdruck nicht, der ist cool Aber ich kann bei dir rauswerfen Aber ich kann bei dir rauswerfen Kann ich auch nicht Ey ey ey, bevor ihr euch lieber aufliegt Leute, lasst es lieber Jetzt wenn wir alle Jetzt wenn wir alle... Alle 5 rauskicken Ich weiß die Gegner Alle 5 haben Kicken und der letzte bleibt Rettungsmacht selbst Boah Äh, ich geh vielleicht doch mal lieber runter Die sind jetzt alle im Keller Die sind jetzt sicher alle im Keller Nein, die haben wir gesprengt Die sind dann komm ich im Keller Ja, die sind unten Ja, die sind unten Die sind unten im Lagerraum Kapkan In diesem Zwischenraum Äh, ja, wir haben hier Zwischenraum Ja, äh, da sind Frost und Dock Und der Kapkan haben wir noch Und äh, die Passieranwalten sind weil es nicht Tatsalka ist auch einer Die haben Tatsalka auf Blitz Der war nicht Okay, aber die haben eine MG-Stellung Ey, ganz ehrlich Tatsalka ist der Aber es ist gut Es ist gut, die hier Das schon Die machen nur hier in eine Richtung Tatsalka ist der Unnützte überhaupt Okay, wir kommen von hinten Leute Genau Timo, das ist die richtige Richtung Warte, fuck Von wo kommt die? Ich geh mit Ducky mit Aber du bist Clay Achso, die sind unten Die sind unten Endel, 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 du deckst von hinten Du hast ein Durchbruchsgeschoss, gell Ja, aber nicht für die Wände Was soll ich von hinten decken? Ich hab's noch einen Luck-Shots Okay, 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 okay Okay, 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 okay Bridge, 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 runter Ich war's noch hin Reitmachen also hier sieht es schon hier sind ja schon alle brauchen wir wollen haben gmg hat das tag er kann man mit dem erlauben einer von den entferungen zu laufen doch ist da an der tür links an der tür weil ich wieder zum gehen nein die monster wir haben die zerstörte er warte mal ich mach dich ich mach das schlopter die wand hat die zwischenwand kann ich mit äh ich nicht weg sprengen wo die metall streben drin doch ist ab doch ist der top ist links habe ich habe ich habe ich habe gerecht dankeschön ich hab mal die wollen kaputt gemacht oh warte hinter uns hinter uns her ich bin da ich hab ihn verletzt alter schwede das war gerade ein geiler kill alter schwede das war gerade den zweiten hätte ich auch noch erwischt zwei sekunden schlänger und ich hätte den zweiten auch noch gekillt ja ja sie ist ja dann video ok ganz so ein hier dackel kannst uns das auch irgendwie zukunftler zu kommen lassen vor das hochlägt warum bevor ich es hochlade das ja so ich kann es auf ich kann es auch nicht öffentlich stellen und euch den link schicken und dann könnt ihr es angucken also es ist dann zwar schon hochgeladen aber es sehen nur die leute die den link haben und sie wird sogar besonders wieso wollen könnte ich euch auch anschauen wenn es auch online ist also ist es doch wieder oder auf die Pornhub und die Pornhub ok war vertreiblich noch nicht mal die Aussprache ich habe mir auch noch die gerade am geilsten davon Pornhub das neue Hupe Henrik ja gut ne ist auf YouTube ich habe aber nur ganz kleinen Channel mit glaubt tausend siebenhunderttausend 800 Abus ja klar du hast tausend irgendwas ja tausend irgendwas ja ist zu wenig das ist zu wenig ist auf YouTube und nicht auf Twitch wenn man es jetzt im vergleichs mit anderen YouTuber ok dann ist es bestimmt wenig aber ja gut ja für mich ist es nur ein reines Hobby einfach für mich ist es nur ein reines Hobby also hier die 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 besten hab ich noch doch eins auf Timo Sprengt auf Sprengt auf ich bin schon am Lurk und das ist die Lüge so geil schießt wir mit deiner René wer ist denn René oh tschüss 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 Tos Crux wo denn Das muss man als Abschuss-Camp machen, so hin und her mal gehen. Sieht das behindert aus? Ja, das da hinten sieht auch behindert aus. Ja, okay, okay. Die kommen von vorne? Die kommen von vorne, ja? Man kann mal einer schießen. Ja, die kommen von vorne. Okay, da ist eine Tür aufgegangen, Vorsicht. Ich sage es, geh da weg, geh da weg, die können uns durchschießen. Geh weg, geh weg, geh weg. Rechts, rechts. Schmeiß den Nitro aus, Dackel. Dackel, schmeiß den Nitro. Dackel, schmeiß den Nitro. Los, schmeiß den Dokia. Oh, jetzt schweiß, schweiß, schweiß. Ja, toll. Schmeiß den Dokia. Oh mein Gott. Du hast mich gerade ein bisschen durcheinander gemacht. Schieß, schieß. Ja, ja. Ey, ich habe noch einen Assist bekommen, super. Ja, klar. Latsch, oh, kick. Oh, du hast aber auch einen geilen Aim, muss ich mal sagen. Rotter, 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 rotter. Oh. Runter, sag dich. Du hast aber auch ein geiles Aim, ich sage es dir. Ja. Mann, er hat das Spiel erst seit gestern, Leute. Das ist keine Entschuldigung. Er spielt doch bestimmt andere Shooter, also wirklich. Er spielt GTA. Ich hab's doch gar nicht. Er spielt andere Shooter. Ja, da regelt das ja hier. Du spielst schon, wenn du zielst. Ich spiel andere Shooter, aber spielst du in GTA. Ja. Ich geb dir gerade zwei Daumen nach oben. Ich weiß nicht, du siehst es leider nicht, aber... Ich sag es dir, ich spiel dir in GTA. Ja, ich hab auch nicht. Deswegen sein Aim. Mann, jetzt hört doch auf, ihn voll zu lüddeln. Henrik, dein Aim war die ersten 100 Level auch wie so ein Stück Code. Mein Aim ist immer noch wie ein Stück Code. Ey, 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 ey. So schön war's auch nicht. Ey, mein Aim... Alter, du hast... Wenn du Glück hattest, vielleicht zwei Kills gemacht, bis du Level 110 warst. Warte, fuck, was... Was ist das? Keine Ahnung. Mein Level ist immer noch wie ein Stück Code. Immer noch. Mann, danke, bei dir ist es auch nicht so wunderlich. Na und, ich spiel dafür auch nur mit einer Hand. Und mit meinem Penis. Und mit einer Rezette. Echt, Mann, er wäre Diamant dran, wenn er mit beiden Händen spielen würde. Ja. Er spielt auch nur mit einem Auge, er ist Blindbett, der Pirat. Ja. Ich glaub, die sind wieder unten. Ja, das ist man. Ja, da sind wir noch. Ja, da sind wir noch. Okay, Frost, Köpken, Sock, irgendwie selben, oder? Ja. Wo ist Tachanka? Tachanka ist gerade hier lang gelaufen. Oh, nee, Tachanka. Tachanka steckt auf. Tachanka steckt auf. Tachanka steckt auf. Tachanka ist im Raum. Tachanka. Tachanka ist markiert. Der letzte Bandit. Ja, die sind die drei Leute. Drei Leute laufen draußen rum. Tachanka ist auch gerade rausgelaufen. Was habt ihr einen Plan? Ja, ich geh vorne rein. Vorsicht, 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 Vorsicht. Tachanka ist oben. Tachanka ist draußen. Ja, ich fahr jetzt mit der Drohne dorthin. Und dann gehst du immer ein bisschen. Ich hab ihn gehitten. Alter. Wenn ich jetzt treffe, bin ich allmächtig. Ah, ist wieder drin. Ah, Vorsicht. Ich glaub, ich hab ihn aber gehittet. Ich hab ihn so nett gemacht. Und aus der Entfernung ist geschafft. Ey, dieses draußen rumgerennen nervt mich so dermaßen. What the fuck? Oh, Leute. What the... Hat er dich auch? Ja. Ja. Ihr seid beide. Lappen. What the fuck? Alter, er steht da einfach. Was mein Wasser. Alter. Alter. Na, der wusste natürlich, dass wir hinten reinkommen, weil wir natürlich... Obwohl er vielleicht draußen entdeckt irgendwo. Ja, der ist wieder drinnen. Ah, hinten, 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 hinten. Ey, dieses draußen rumgerennen nervt so abgrundtief. Ey, der will jetzt ernsthaft mit der Shotgun von da schießen? Keine Ahnung. Lappen halt. Was ist da vor? Aber der, der Tachanka war da auch. Ich wollte da nämlich nicht hinstellen. Alter. Cockbone. Da können die Spawn trappen auch nur, ne? Ey, ganz ernsthaft. Wormli. Ich stelle Wormli zu. Ein Schuss nach. Alter, der hat die Verzlosen-Tarnung. Schäm dich. Wer? Shadow? Shadow? Shadow ist eine Schande. Ey, das nervt... Dieses... Die Verzlosen-Tarnung ist nicht ohne Grund doppelt heruntergesetzt. Dieses draußen rumgerennen nervt abgrundtief. Okay. Die bringen mich zu weit. Ich bin jetzt raus. Okay. Ich... Henrik belauft jetzt raus, ja? Welcher... Welcher... Wir hatten ne gute... Warte, ihr braucht erst meine Westen. Wir hatten ne gute Waffe auf Distanz für von den... Äh... Jäger. Jäger. Shotgun. Die Shotgun. Von Jäger? Die Shotgun. Jäger. Alter Wichser, ich hab jetzt wirklich die Shotgun-Glaube. Ich wollte grad noch ne andere... Ich wollte... Jäger Shotgun auf Distanz. Boah. Ich wollte grad noch die andere... Ich wollte grad noch die andere Waffe auswählen und da war es aber zu spät. Nehmt euch die Qualitätswässer aus China. Die Schlüppis? Die Drohne der Gegner hat den Bio-Befahrgut beendet. So scheiß Drohne, Mann. Hast du dich? Ey, Mann! Alter! Danke, ey! Ich hab gar nichts gemacht! Das hat deine Shotgun... Ich hab auf die Drohne geschossen, die da war! Mich und Hendrik da haben wir ankittert. Da war ne Drohne! Da war zwar keine Drohne, aber ist okay. Warum schießt du mich mit einem Shotgun auf die Drohne? Eigentlich hab ich auf euch geschossen. Rettungstag, dieser Drohnen-Hunter. Milch-Hunter, nicht Drohnen-Hunter, Milch-Hunter. Die sind auf der anderen Seite. Sehrke. Die sind nicht auf der rechten Seite. Auf der linken... Wo wurde ich denn Depp? Warte, wo sind die? Ah, die sind hinten. Ich hab einen angesch... Kann mal einer zu mir kommen? Bitte mich hinstellen. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Vorsicht, die Tür ist unten offen. Haben wir nicht nen Dock? Spritz ihn ab! Spritz ihn ab! Ja, ich hab die erste hier wieder nehmen. Danke dem. Pass auf, die Tür war da offen. Da waren uns zwei Gegner. Komm! Komm, komm zu mir da! Oben! Los! Sandy! Oh, ernsthaft, Leute! Da sind zwei Leute! Und keiner schafft es mich zu holen. Rettungstarke, schieße mich mal mit der Pistole bitte an! Wo bist du denn? Am... Am Fuß direkt vor mir! Ja, genau! 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 Ich schieße ihn ein... Ja, nein! Nicht mit dem Hammer, du Wichser! Haha! Er wird gehammert! Ey, komm mal... Alter! Ich hab den mit der Shotgun aus einem Meter Entfernung... Doc! Nee, runter! Timo liegt! Na, ich muss nicht markt abzulegen, also... Ja, Mann! Spritz dich ab! So, und jetzt nehme ich Claes! Ah nee, wir haben... Es ist vorbei, gell! Wir haben verloren! Ja, aber ganz ehrlich... Ich bin dafür, dass wir... Ich bin dafür, dass wir... Hier... Wie der Benutzer... ...spielen! Ich bin, wir versuchen, zu verstecken! Lass uns mal noch zwei Runden machen! Ja, auf jeden Fall! Zwei Runden locker und noch... Ja, die waren andere Maps! Irgendwas anderes... Dass ich nur noch zwei Folgen habe, das wär ganz cool! Ich muss eh... Ja, mach mal fix! Oder... Ich muss eh gleich aufhören! Warum? Ja, weil ich noch lernen muss!